Wir haben uns Papa gelassen, sind schon aufgehaut gefressene Kleiner, ein kleiner Verfressener, du bist ja, du bist ein kleiner Verfressener. Wir können uns jetzt den Panzer zurückfallen lassen, wir können ja auch noch ein kleiner Verfressener, 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 ein kleiner Verfressener. Wir können auch nichts für die Refuschine, die sind schon aufgehauen, das ist ein kleiner Verfressener. Also ein bisschen gefolgen wird da. Wir können hier ohne Batterie übersehen, anders kann ich mir das mal nicht vorstellen. Wir müssen jetzt was davon geben. Ja, das sind die hier, vielleicht mal die, ja du bist, die Sammlung auf der Kasse. Ja, das ist ein kleiner Verfressener. Ich hab die Benachrichtung vergessen auszustellen, machen wir mal jetzt schnell. Ja, wir haben halt eine helle Bange. Ich hab's ja verpauliert, jetzt mal hier noch mal angeschaut. Ja, gehts mit einem Flach? Ah, das ist ein Flach. Ah, also das Flach ist mit der Radiusz. Aber das ist auch schon ein Flach. Super, da ist ja noch etwas Flach. Wir sind bei Flach, also bei Flach. Ja, 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 ja. Ja, dann spiel mal wenige, Alter. Ich weiß auch. Der hat einfach so über 700 Punkte genommen. Das einzige. Das ganze ist schon am Spielen. Seit gestern. Wie heißt nur, dass wir tatsächlich jetzt einen Panzer noch fahren? Was dann? Das ist ein Panzer, ein Panzer, ein Panzer, eine Batalie oder so. Hier gibt es auch kein Alte, Mann. Das ist einfach der Karte. Hä? Das wird ja auch so. Kann sein. Ach, das ist seltsam. Ich weiß ungefähr, wo ich bin. Ja, das ist einfach. Ich weiß nicht, wo ich bin gekommen. Das ist doch ein bisschen gemein. Jeder hat damit schon noch aus. Okay? Das ist ja so. Jetzt ist doch ein Ahnung, das wirst du nicht mehr sagen. Bist du nicht mehr? Ich würde nicht mehr wissen, was ich mit diesem Raum machen. Aber ich weiß jetzt, wie wir das ausgehen lassen. Ja, hier ist das schon dran. Aber ich weiß nicht, wohin wir auf dem Haus wieder etwas machen müssen. Und ihr seid ihr konnte jetzt so drauf. Ja, wie war ihnen da drin? ... die Elektro-Kloppen... ... die Elektro-Kloppen... ... oder gar nicht... ... und gar nicht... ... was ist denn noch ein Merkwissar... ... ich bleibe wieder auf dem Auto krabbeln... ... ja, ich weiß, dass die Batterie nicht werden soll... ... soll sie ja auch nicht fahren... ... alles so... ... oh man... ... der ist aber gerade auch ein bisschen blöd auf dem Video... ... sammelt die Batterie ein... ... jetzt läuft an den Teil wo es rein gehört... ... steht dran... ... da fehlt die Batterie... ... find an... ... ja, ich weiß, dass halt die Batterie fehlt... ... du hast sie doch... ... hm... ... und dann... ... wenn ich mal anzeige... ... nach der Spöhre oder die... ... dann muss man sich mal zeigen... ... was ist... ... nun nur oder nicht... ... da. Nicht Menno, setz die Batterie da ein und lauf nicht wieder weg. Oh Mann. Und ich bin wahrscheinlich blöd für den Schlüssel. Ich habe den Schuh in den Bordensgarten. Und keine Ahnung, wo die Landgeschüse sind, die stehen dann schon ganz. Ich bin da. Aber das ist wie gesagt, wir haben doch noch eine Idee, dass wir das gerade nach dem Wald. Ja, wie gesagt, ich führte mal einen kleinen Rundgang. Jetzt fährt er wieder hoch. Kollege, da ist doch die Batterie, Mann. Oh Mann, wo kriege ich Schlüssel rein? Das gibt es ja nicht. Da ist auf, da ist auf, da brauche ich keinen Schlüssel, da auch nicht. Das ist der Hammer, das ist verrückt. Ach so, schreibt er wieder oder was? Ne, der macht knallert 650 Punkte alleine so. Weißt du, wie lange du da spielen musst? Am Stück oder was? Okay. Du kriegst ja pro Kampf immer 10 Punkte. Ja. Dann kannst du immer 5 mal spielen. Und dann macht er ja noch das mit Werbung, Alter. Dann ist er ja ganze Zeit am Hingauern. Ah, nutzt er den Trick auch oder was? Hm? Nutzt er den Trick auch oder was? Wer denn? Ich hoffe auch bloß, ich habe jetzt recht in meiner Form. Ich habe jetzt selber umgucken, ne? Wenn man es keiner mehr hat, zurücksetze oder hat es wieder. Was, wenn? Was, die? Da haben wir jetzt ganze Zeit am Kätzchen zocken, wie blöd. Hammer. Ach so. Sehen Sie, ich habe jetzt in der dringend gemeint, wie eine Pflanze? Und meckert Paula an. Ah, ich habe jetzt Kopfweh. Erstmal mal Punkte machen. Da muss ja nicht so viel Zeit gehen. Nein. Wo ist denn der, wo ist denn der Trick schon vor? Das bedeutet, wo ist durch mich oder nicht? Das merke ich auch, wenn ich das Kätzchen spiele, als das Karten-Dings. Wenn ich das zu lange spiele, geht dann meine Bunde auch ab. Wenn ich das zu lange spiele, dann muss ich das mal hier auch spielen. Ach da. Mein. Da habe ich doch nicht was zu tun. Wenn die durch den Polo spielen, hat er den seine Daten oder so spielen? Dann lass doch Polo spielen. Hm? Wenn der Polo spielen, hat er den seine Daten oder was? Nein. Er soll weiter Punkte da machen. Bei Team-Dings da. Ach so. Er ist anscheinend der Einzige, wo er bis jetzt gemacht hat. Nein, nein. Wir haben alle was gemacht. Hammer ist halt der, der am meisten richtig viel Punkte gemacht hat. Jeder hat so 300, 200. Okay. Und die anderen haben auch gemacht, aber Hammer hat am meisten nicht gemacht. Ja. Wie ist das denn? Ich bin jetzt vorliegend. Ja. Ich bin jetzt vorliegend. Okay. Ja, ich bin jetzt vorliegend. Ich bin jetzt vorliegend. Aber richtig. Vorsichtig. Ich bin jetzt vorliegend. Ich bin jetzt vorliegend. Ich bin jetzt vorliegend, dass das das Fahrt ist. Ich habe wenige Menschen gesehen. Ich habe mich überraschend, die ich in den Plenken sehen kann. Und ich bin jetzt so fertig. Ich habe einen Tag und ich bin so schlimm gekommen. In Amal-Kar-Stückenpolizei, der auch in der Stadt, die können wir bei der Wahl eines Materiales für die Überhangung gehabt und die Brust des Flügelseins. Die Kastanzler sind hier, dass wir heute jetzt für den Blauen Teil der Arner noch nicht sind. Aha! Schau mal, wir haben einen Klärer. Mit der Zügelung, das wir haben, 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 wir haben. So, die Kastanzler sind gelesen. Einfach Variante wird zur Flachkennung eingelassen, weil es die Kanada in der GmbH ein anlaufen wird. Ein excellentes Delta, ein excellentes Variante gibt, dass Herbst und Bein an bestimmte Temperaturen laufen. Ein ganzes Gefühl zuverletzt, dass die Temperatureffekt und Daten gespürt werden, wie sie so drehen. Das ist eine sehr gute Temperatur. Und das ist eine sehr gute Temperatur. Einfach mal kurz vor kurzem in der GmbH. Die sind die Gläser, die in der GmbH. Seien die Rädern, die in der GmbH. Der ist die Anlage, die in der GmbH. Und der ist die Gräser, die in der GmbH. Die sind die Blätter, die in der GmbH. Die sind die WM. Die sind die WM. Der Karten hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ah. 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 Wir wollten hier mal draußen, die blaue Arme, die wir waren, und wenn wir jetzt hier draußen sind, dann sind wir auf dem Schiff gekommen, weil wir hier einfach krank waren. Und dann waren wir hier. Und dann sind wir hier auf der Wand. Und dann sind wir hier auf der Wand. Oh, das ist so gut. Ach, komm! Oh, ja, kack! Ja, das ist so gut. Das war ein. Da kommt er, Alter. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. Das war's. Ich hab ihn mit dem. Der kommt er, Alter. Oh, ja. jetzt gleich Paula, aber zuckst du nicht! Alter, mein Akkus hat gleich gegangen! Fett ist das erste was du sagst! Nicht mal, was ist los, wie geht's dir? Alter, haben wir die kranke Socke! Ja, 650 Punkte, alleine! Nee! Da waren wir jetzt aber gar nicht drin! Okay, hier wird's geliebt! Danke! Ja! 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 Das stimmt, das ist ja nicht drin, ne? Ich spüre. Ach so. Ach du Scheiße. Das heißt, ich verbalance und beweg nicht mehr. Interessiert. Kohle, Kohle, Kohle. Habe ich im Keller. Wie viel raus? Noch nichts. Ohne Scheiße. Lass mal den Krüner mal holen. Das war aus dem. Munition. Ohne Scheiße. Nee, das geht sogar raus. Entschuldigung. Genau, das ist weg. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ohne Scheiße. Komm her. Ich hab nichts gefunden. Aber wie lange spielst du jetzt schon, Hammer? Schon lang, oder? Ich hab nichts gefunden. Ich hab nichts gefunden. Nee. Der ist noch nicht da. So. An der falschen Seite. Ja. Ich hab nichts gefunden. Ich hab nichts gelangt. Mag sein. Bleib da rein. Was ist das? Was ist das? Das ist das Ding. Alles natürlich keine Garantie, aber alles versteckt. Ich glaube nicht. Nie im Leben, ja? Um Monster zu kriegen muss dein Deck stärker sein wie Monster++, glaube ich. Also um Monster zu kriegen muss dein Titan sein wahrscheinlich. Ja, passiert aber von euch. Konzentriert wird einfach sein Rücken. Ja, hab ich mir schon fast gedacht, du kriegst hier den Aufschlöpfer. Ich muss aber drauf in die Sonne, das ist schon mal gut. Zwei, ich hab ein Glück, das ist mir näher von für unsere Musik. Und du hast Undertaker gezogen, oder was? Ja, das ist nicht schlecht. Ich hab Big Show gezogen, SummerSlam 17. Ich hab doch keine Bilanz. Keine alten Box in der Nähe, das ist doch nicht wahr jetzt. Und man macht auch keine alten Box. Aber wir kommen ja auch zu keiner alten Box. »Die Poch, die Barsch« »Dist du nicht?« »Dist du so los?« »Nhm.« »Dist du nicht.« »Ha, das ist schon los.« Ja, keine Ahnung. Äh, darf ich da auch ein bisschen raus? Ja, ich weiß auch nur Stemtemperatur. Von mir hat sich das Zeug blau. Das haben wir auch schon rausgefunden. Ich kann das zwar nicht anrufen. Saat, dazu ist hier ein klein wenig Platz. Gibt es da keine Hotline oder so, wenn du googelst. Wir können jetzt natürlich nicht mehr als Einwilligkeit unsere Dokumentation vorzunehmen. Die Shop-Kommission ist erstmal noch da. Dann müssen wir anschließend noch bei den Videos. Zumindest schon mal weiß ich, wo wir dahin müssen. Hm. Ich mach alles erstmal auf den Kleider. Und den Gaffentürklau. Ja, ich lass uns machen, die halt schon geladen haben. Weil ich die ganze Zeit 2er, 7er, 5er, Titte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So schön, haben wir beide erwischt. Und das passt ja so. In Richtung Munition sieht die Flick ja alles andere. Warum hast du deine ganzen Weiber? Alle gezogen. So. Dann mal hier. Dann ist... Ich zieh keinen Weib gerade, wenn du jetzt nicht die Flick hier raus. Ja, hab ich gesehen. Auf dem Montag, glaub ich. Ich hab ja auch eine kleine Leitertürk zu nutzen können. Und die sind noch nicht hoch oder nicht drin. Baaah. Aber warum muss das nicht aussehen? Mit beiden Rotkräutern. Die kann man manchmal erklären. Das ist aber nicht meine Saugebliche. Ja, die hab ich ja auch. Ja, aber es ist mir ja dann weiß das so eine Lüte. Das ist so dämlich, so muss ich gar nicht sagen. Also das gefällt mir gar nicht. Ja, hab ich geschrieben. Ach, hier sind wir. Boah. Schön. Was sind aber wirklich denn alte Koks? Das gefällt mir doch. Ich glaube, ich muss auch noch ein paar Sachen ablegen. Mhm. Was kommt nach Ding? Elimination Chamber, jetzt? Ach, du bist echt nicht wahr. Boah! Woher war man denn? Theoretisch kommt. Ja, die war's ganz normal anders. Genau, viel Fall weg. Geil. Geil. Ich würde fragen, was machen wir als nächstes? Ja, ich bin auszelt. Ich bin schon vorne. Aber wir haben alle schon so viele Punkte da oben. Und ich hoffe, er hatte viel Spaß. Und dann auch mit dieser Langwein. Die ersten Folge, wo viel ungesucht bewahr. Ah, ich hab mich fest. Ich verstehe selbst. Ja, ich glaube. Und dann einfach mal zum Skanzler. Dann sind wir mal stolz. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Gut. Danke. Ich hab's euch das hier geschafft. Ich hab's euch das gerade gegeben. Denke. Ich hab's euch nicht. Was? Und dann zum nächsten Mal. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's euch gar nichts. Ich hab' ja gar keine Ahnung, wo wir um aufgehört haben. Ich hab's euch aufgehört. Ach du? Das war wohl ein bisschen schnell, hinter dem Weg vor, und da schwimmen keine Ahren, wo wir was machen. Wir gehen gerade um 5 Wochen und ganz glatt morgen, dass wir vielleicht aber auch hier schon keine Ahren haben. Heftig, heftig. Ja, Thomas, das war... Ja, er hat ja nur... Ja, klar, aber ich sag ja, dieser Thomas Wild, der hat bis jetzt echt noch nie was gemacht. Und einer hat da geschild, der ist nur, um Kraten zu bleiben, das glaub ich, das ist ja... Ja, komm, wir sitzen zusammen mit dem Schocker ein. Komm, guckst du denn was soll's? Kann ich nicht? Was? Was? Oh, das ist ein Buch. Was? Oh, das ist ein Buch. Warum? Oh, ist doch falsch, bitte. Schlüssel. Ich bin nicht mal wieder drin, aber das ist ganz gut. Ich bin nicht mehr. So, da kommt es mal schon. Das ist höher. Aber hier, einfach nicht mal in den Fall. Ach, das ist aber auch nicht so. Ja, nach 2. Ja, nach 2. Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Ja, Ja, komm schon. Hallo. Komm schon. Ja, schon Mal. Ja, ich bin nicht mehr so. Ach Ja, ich bin nicht nicht mehr so. Rundfunk Wir haben ja gar nicht mitgenommen, da kann man gut davon wegnehmen. Vielleicht finden wir auch dann raus, was dieser einhackige Mauer wurde. Oh Mann